Ja, heute machen wir ein Twitch-Girl. Ja, hast du schon gesagt. Nein. Ich kläre sonst immer, Leute, auf Twitch. Aber ich habe ganz Twitch schon durch. Das heißt, ich bringe dir heute bei, wie es funktioniert, innerhalb einer Stunde für jemanden einen Song zu schreiben, der live ist gleichzeitig. Aber du musst heute richtig ein komplettes Denergy-Video selber machen. Ich muss ein Denergy-Video selber machen. Also eigentlich machen wir heute alles. Beat suchen, schreiben, ein Girl. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Girl. Soll ich erstmal eine Denergy-Unmod machen? Ja, du machst erstmal eine. Wollen wir direkt starten? Warte. Oh, shit. Okay. Hi, Leute. Willkommen. Ich bin wieder euer Denergy-D-D-D-D-Energy. Was geht? Wir machen heute wieder ein Format für eins dieser sneaken, schicken, miken Twitch-Girls. Die Antwort haben wir schon mal. Wir brauchen erstmal einen Chick. Wir brauchen einen Chick. Okay. Ich weiß nicht, ob sie online ist, aber ich habe einen Chick im Visier. Du hast einen Chick im Visier? Ich habe einen Chick im Visier. Du musst sagen, ich habe sie heute gesnipet. Ich habe das Chick heute gesnipet. Das klingt echt, das klingt echt brutal. Wir werden einen Chick snipen. Brutal ermorden. Wie heißt sie denn? Tod und verderben. Sie hat einen Song für mich geschrieben, weil sie mich aufs Übelste gedisst hat. Sie hat mich als das Netto von Twitch bezeichnet. Und dann hat sie mir einen Entschuldigungssong geschrieben. Und ich muss sagen, der war schon sweet. Ja, dann lass uns in den Chat gehen, würde ich sagen. Ja, safe. Lass da rein. Okay, okay, okay. Hey, hier ist Anni. Und ich möchte gerne in einer Stunde einen Song für dich machen. Hey, Marki, hier ist Anni. Das ist für eine Action. Kann ich einen Song für dich machen? In einer Stunde? Ja, ja, bitte. Und jetzt sagst du, okay, wir brauchen fünf Details über dich. Was für ein Timing. Ja, ich stehe hier. Ich brauche fünf Sachen über dich, die rein müssen. Ja, schwere, coole Sachen über dich. Ich sage, es ist kompliziert. Lila Haare. Lila Haare. Ich schreib mit. Mag Katzen. Schwänze? Nein. Doch, 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 doch. Schwänze nehmen wir mit rein. Ja, Psychopathin. Unbedingt. Bitte das auch mit reinnehmen. Psychopathin, okay. Ich schreibe mal Psychopath, Psychopath. Oh, vergiss nicht, dass ich irgendwo im Nirgendwo lebe. Das muss unbedingt mit rein. Oh, mein Bizeps. Oh ja, stimmt, der kranken Bizeps. Den sieht man gerade nicht. Alter, warum hat sie so einen heftigen Bizeps? Bizeps. Okay, sie sagt, ich starte gleich, aber willst du unbedingt noch was drin haben? Ich starte gleich. Marshmallow. Marshmallow ist ein gutes Wort. Marshmallow ist ein gutes Wort, ja. Pipi. Pipipupu. Ich bringe Pipipupu mit rein. Es tut mir leid, dass ich dich an diese Frau geleitet habe. Ich hatte noch nicht so eine Folge. Okay, gut, wir starten jetzt. Wir starten. Das sind drei Wörter. Jetzt. Tschüss, Mauki. Haha. Viele folgt euch beiden. Okay. Warum sagt sie euch beiden? Woher weiß sie, dass ich es bin? Ja, Chat hat geleakt. Sie dürfen nicht wissen, dass ich einen Ghostwriter habe. Mein Gott, es muss aussehen, dass alles ich das gemacht hätte. Außerdem bin ich Dadaji. Oh, jetzt geht es wieder los. Yo, what is fresh, Leute? Yo, what is fresh? Hab ich nie gesagt, Digga. Keine Ahnung, Digga. Ja, okay, wir brauchen als nächstes jetzt die Information. Okay, liebe Freunde, wir müssen jetzt den Song für Mauki schreiben. Und was hat sie gesagt? Mauki mag Katzen. Mauki stellt extrem große, haarige Schwänze her. Sie lebt irgendwo im Nirgendwo im Wald. Sie hat einen kranken Bizeps. Marshmallow sollte als Wort noch rein. Und Pipipupu. Okay, und ich würde sagen, wir nehmen diese ganzen Informationen und bauen sie in einen Song ein, oder? Dadaji, was ist der nächste Move? Warte, ich bin dann Anni. Bauer. Der nächste Step ist so, wir rufen meinen allerbesten, coolsten Bro an. Jumps! Ey, Mann, weißt du das? War das richtig? Ja, Mann. Oh, mein Gott! Guck, ich bin Dadaji, Number One Fan. Woo, was geht's? Alarm! Hallo, Jumps? Hey. Hi, Jumps, ich bin's, dein bester Freund Dadaji. Was geht's? Ich hab sofort gehört, dass du es bist. Kein Ding, Digga. Was ist mit deiner Stimme los, Bruder? Du hast eine sehr männliche Stimme bekommen. Was hat passiert? Endlich, endlich in einen Stimmenbruch gekommen. Ich sagte, wie es ist, Pubertät kam bei mir ein bisschen später. Endlich auch das erste Brusthaar, yo. Was suchst du denn? Ein Beat für Mauki. So, Mauki. Oh, er hat schon was geschickt. Er hat schon was geschickt. Er hat was geschickt? Er hat was geschickt, wir können reinhören. Wir hören jetzt da rein? Ja, mach das. Und ich küsse dein Herz, ja? Mach kaputt, Anni. Ja, wir machen kaputt. Hören wir in diesen fetzigen Beat rein, den unser Kollege Jumps uns gemacht hat. Yeah. Ey, Mauki. Du hast mich verarscht. Du bist ein Arsch. Jetzt hau rein. Mauki, yeah. Ja. Ja. Sag, ich bin das netto, aber selber bist du doch noch viel schlechter. Yeah, yeah. Du bist Penny. Penny. Penny bist du, Mann. Da gibt's verfaulte Erdbeeren in der Ablage. Oha, yeah. Ja, Mauki. Der Beat ist fresh, oder? Ja, Beat ist fresh. Oha, ja, aussiehst. Mauki, so wie du aussiehst. Bizeps wie ein Audi. Du kannst so schön singen, denn ich raste aus. Au. Wow. Du hast haarige Schwänze. Okay? Okay. Du bist 5, 6, 7. Du hast haarige Schwänze. Sag mir, wo ist hier die Grenze? Ey, Digga, das mit Schwänze, dass wir direkt da mit reinkommen, ist geil. Das ist zu hart. Okay, cool. 5, 6, 7. Du hast haarige Schwänze. Sag mir, wo ist hier die Grenze? Ich bin's, Anni, die Ente. Du hast Katzen, Rehe und auch Gänse. Yeah. Hä? Muss ich noch was sagen? Du kannst es doch, ey. Du bist der Naji. Du bist der Naji. Oh mein Gott, ich mach meine Brille. Ich kann nicht besser. Oh mein Gott. Kannst du nur, Mann. 5, 6, 7. Du hast haarige Schwänze. Ey, Maoki, was geht ab? Hier ist Derni. Anni und ich wollten einen Song für dich machen. Und ich weiß, ihr habt da noch so eine Back- Okay. Ich weiß nicht. Wir haben dich auf Twitch gesehen und dachten so, okay, jetzt wird's Zeit, einen Song für dich zu schreiben, okay? Also, der ist für dich. Let's go. Ey, Maoki. Du gibst mir ein gutes Gefühl. So wie du aussiehst. Du bist böse und ich süß. Du hast haarige Schwänze. Sag mal, wo ist hier die Grenze? Ja. Ich bin's, Anni, die Ente. Du hast Katzen, Rehe und Talente. Du lebst im Nirgendwo, irgendwo, ja. Du bist ein Psychopath. Ich frag deine Art. Hör dir an, was ich dir nun sag. Pipi. Ey, Pupu. Lalalala. Pipi. Ich wär gern wie du. Es ist doch klar. Lalalala. Ey, Pipi. Ey, Pupu. Ey, Maoki, hör zu. Maoki, ich kenn dich doch gar nicht. Aber warum hast du Anni gesagt, dass sie von Netto ist? Ey, ich kenn dich so gar nicht. Aber jeder sagt, dass du hier doch die Nette bist. Wovor drückst du dich panisch? Das find ich wirklich grad tragisch. Unsere Freundschaft war doch so magisch. Glaub mir, Maoki, ich war an dich. Pipi selbst ist so weich. Wie ein Mache. Schmello. Das ist eine Klarstellung. Du bist am Arsch, ey, oh. Ey, Maoki, keine Ahnung. Ich hab gesagt, was das soll. Ich mag dich echt gern. Aber das mit dem Netto bin ich schon echt krass getroffen. Und ich bin sehr nachtragend. Pipi. Ey, Pupu. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin gern wie du. Das ist doch klar. Ey, Pipi. Ey, Pupu. Yeah. Ja, so krass. Pipi. 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 Yo, ich weiß nicht, warum sie auf Haare geht. Ich weiß nicht, warum sie das gesagt. Hey, lass uns das vergessen, Maoki, okay? Nächstes Mal können wir einen Song zusammen machen. Ich hab keine Ahnung. Ich wünsche dir noch einen schönen Stream. Was? Geil. Oh mein Gott. Was? Wie gut ist das denn bitte? Und ich komm mal mit nem ganz beschissenen Scheiß-Rap an. Und Pipi produziert einfach mal ein richtiges Lied. Dieses Ding, was in der Mitte von Liedern immer kommt. So, ihr wisst schon. Das Ding, was ich immer wiederhole. Ich bin schockiert. Du musst jetzt reinschreiben. Ich bin, ich bin, ich bin schockiert. Du sagst so, hey, kein Ding. Bitte auf Spotify stellen. Für dich. Wow. Genau. Für dich, alles. Ich hätte jetzt eigentlich noch ihre Nummer angeklärt, aber das ist egal diesmal. Ja, ich, 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 ich wurde gerne zerstört. Ohne Scheiße. Ich wurde, ich wurde gerne zerstört. Mein Bizet ist gerne wie Marshmallows, denn das war einfach unfassbar. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bei 20.000 Likes laden wir diesen Song bei Spotify hoch. Jo Leute. Jo Leute, ich hoffe, euch hat dieser Song gefallen. Kein Problem, ihr schüttelt das aus dem Ärmel, denn ich bin D-D-D-Danagy. Help me. Falls ihr den Song auf Spotify sehen wollt. Bei 20.000 Likes. Und da musst du noch sagen, mach die Scheiß millionenvoll, denn wir brauchen nicht mehr viel. Mach die Scheiß millionenvoll, denn wir brauchen nicht mehr viel. Amanachokdom. Amanachokdom. Was heißt das? Ich habe auch keine Ahnung, ob das... Amanachokdom. Genau. Sehe ich aus wie ein Daniel? Ich weiß nicht. Auch danke an meinen Kollegen Joms. Du hast wieder kaputt gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.